Servus, ich bin der Josef Bamberger, ich bin Elektrotechniker im zweiten Lehrjahr bei GE Nienbach. Als Elektrotechniker lernen wir über Energieverteilungs- sowie Energieversorgungssysteme. Darunter zählen auch Mess-, Steuerungs-, Regelungs- und Antriebstechniken. Zum Berufsbild vom Elektriker kann unter anderem auch ablängen, anschließen und verlegen von blanken sowie isolierten Leitungen und Kabeln. Dazu gehören aber auch Löt-, Klemm- und Steckverbindungen herzustellen sowie mit dem Schaltplan zu kombinieren. Nach vier Lehrjahren schließe ich als Fachkraft im Beruf Elektrotechniker mit Anlagen- und Betriebstechnik sowie Automatisierungs- und Prozessleittechnik ab. Danach besitze ich ein fundiertes Wissen über Energieversorgungssysteme rund um unseren Gasmotor. Über die fachliche Ausbildung hinaus bietet mir GE noch viele Kurse und Seminare. So wie zum Beispiel ein Krankkurs, Staplerkurs, Computerkurs, E-Plan-Schulungen, Arreste-Hilfe-Kurs und vieles mehr.